Oh, ich versuch mal Auto zu fahren, wenn man singt. Nein, du musst, du musst, nein, bleib da. So, hallo YouTube, wir sind wieder da, also zweiter Versuch. Und wir sind wieder beim Ladebeil und fahr zurück, glaube ich, das muss dir hinterherlaufen, hab ich keinen Bock drauf. Ich muss erst mal zu dir connecten, darum. Du bist egal, ich komme, du bist bei dir connecte, komm, ich bin einem ganz anderen Teil raus. Nein, kommst du nicht. Doch. Nein. Wenn du von mich überfährst, bin ich low level. Ich hab gar nicht die Töne, ich bin nur rumgefahren. Ja, ja, ist okay. Ich mach dich trotzdem nachher platt. Du bist bestimmt so höher wie ich. Ja, ein Level. Ich kann mich einfach viel mehr umbringen als du. Weil ich einfach mit meinem Abstechermesser renne ich einfach da hin und stich die einfach nur ab. Ich find das einfach so geil. Das ist mein Butterfly mit, glaub jetzt inzwischen Metallgriffen. Oh, komm, jetzt lädt's immer noch, ey. Wir sind auch schon bei Chapter 2. Busy, Survive, Surry, Thieving. Ich kann es nicht aussprechen. Scheiß krankheit, ey. Kann doch nie mal klar denken, hoffentlich kann ich auch da fahren. Oh, low. Ich bin drin. Drücke ESC, drücke ESC, Game Lobby. So, ich sehe keinen Lowry. Ja, ich muss auch auf Game Lobby. So. Ich sehe auch keinen Hendrikator. Searching for games with the same chapter. With lower chapter. Und bei mir lädt's immer noch. Ah, da ist er ja. Wo ist er denn? Neben dir. Nein. Ja, wir müssen da lang. Wir müssen nach oben. Wir müssen, glaub ich, hier die Art, die Quest abgeben. Ich sah, was du für uns getan hast. Cash! Glory, Cash! Cash! Geld, 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 Geld! Das ist eine Schoko-Regel. Ja, ich nehme mal die Quest von dem an. Ja, nehme mir auch die von einer anderen. Okay. Ich werde hier, um ein Augenblick zu halten. Du lässt mich wissen, was du findest. Hm, ich gehe da runter. So, jetzt suchen wir uns mal eine Quest aus. Also, ich würde sagen, die mit den meisten XP. Das wäre... 900. 900, ja. Ashes to Ashes. Auswählen. Jetzt ist schon das Auto nicht da. Hört doch. Ich bin einfach voll der Tank. Scheiße. Irgendwie geht mir heute alles zu schnell. Du bist auf der falschen Seite. Ja, ich rutsche schon rüber. Ich muss meine Maus ein bisschen langsamer machen. Bist du drin? Ja. Du musst ein bisschen Navi halt wieder spielen. Ach so. Ich muss, glaub ich, mein Computer ein bisschen übertacken. Ne, geht eigentlich. Okay, ich weiß noch nicht. Ich glaub, ich muss doch wirklich mein Computer übertacken. Du kannst heute nicht so spielen. Ich weiß gar nicht, wie ich gestern so spielen konnte. Da ist gar kein Zombie. Hat's nicht übertackt? Ne. Komischerweise nicht, da war ein Zombie. Also, du bist jetzt da rechts, dann demnächst. Und dann gleich wieder rechts. Oh, da gab's... Oh, ich hab irgendwas kaputt gemacht. Also, rechts, rechts. Dann ist hier, das gleich da, das haus rechts da, das ist es. Ja, Lau, wir müssen kurz abstechern machen. Ich blech einfach raus. Oh, super, ich hab gar nichts ausgewählt, Lau. Ich muss kurz den Computer übertacken. Beschützt du mich? Der hat einen Arm, eine Hand und... Ja, beschütz mich einfach mal kurz. Ja. Ich muss kurz den Computer übertacken. Der ist einfach viel zu langsam. Ich weiß gar nicht, woraus summen. Was ist denn los? Doch, der eine CPU ist ziemlich krass ab. Äh, Übertaktungsprogramm... Oh, wo ist denn das? LOL. Das verschwindet in nichts. Ach, zu geil. Muss ich das manuell machen, oder wat? Wie geil, wo ist das einfach? Mann, ey. Ja gut, dann beende ich ein paar Programme. Oder ich bin einfach heute nur echt übel schlecht. Also, ich nehm jetzt halt grad nicht auf, deswegen. So, YouTube, es tut mir echt leid. Ich hab schon wieder verpeilt. Lauf zurück. Ich weiß gar nicht, ob entweder hat die Aufnahme beendet, weil eigentlich hab ich drauf gedrückt. Ich kann nicht fahren. Der steht so im Fett im Weg. Oh, Mann, ey. Warum vergesse ich immer aufzunehmen? Ich zum Kotzen. Tja. Ja, okay, eigentlich ist nicht viel passiert. Wir haben jetzt drei Stunden gespielt, oder? Ja. Hm. Wir haben jetzt einen Costa-Vide, oder? Naja. Na ja, ich dachte immer wieder Navi spielen. Oh, ich hab's so, eh, oh, 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 oh. Zu geil. Oh, ich hab's singt, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, das ist nicht ein Bein geflogen. Ja, das ist ein Bein geflogen. Einmal weiterfahren, Karos. Ich hab das Zombie angeguckt, was hinter mir steht. und wir müssen hochfahren wir müssen hochfahren und dann irgendwann müssen wir ausstecken und mal weiterlaufen da geht es irgendwie noch einen Weg lang was war das jetzt? Ich bin doch gefahren ich verpeilen mich heute voll ja jetzt können wir gleich ausstecken und jetzt doch noch ein bisschen laufen dann aber ich bin nicht weit so angeblich geradeaus hier lang runter ah ja stimmt das war doch da wo die Kofferinsel war Achtung großes wo bist du jetzt runter? einfach da runter äh Lau ich brauch mal deine Hilfe die sind ganz schön böse glaube ich Baseball ich bin Level Up ich bin Level Up ich bin so Level Up mäßig ja das der sieht groß aus au ja ich dachte es wäre ein kleiner und bin halt voll drauf rauen Fleisch am ehesten hilft aber nur noch oh ich glaube der ist böse Lass ihn herlaufen Lass ihn herlaufen Lass ihn herlaufen Lass ihn herlaufen oh ich kann schon was anderes an warte ich mach den platt Lass ihn her ich habe einen Arm einen Arm habe ich kaputt gemacht oh ich bin von dem Gebüsch gelandet ich habe ihn auch voll abgeschüttet und habe einen anderen den Kopf abgehakt Achtung das sind Nummer 3 die kommen aufhör mich bin tot äh danke bitte ich hoffe ich bin nah dran oder kommt zwei Totenköpfe an ihren ja Lau helfen mal ich bin genau mit dir ah 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 schlampfen Achtung Fetty verarscht verarscht verwehr ich gebe mal einen Schächt Schläger hab er liegt er liegt er ist down er ist down irgendwie ist er ziemlich down ok mal gucken gucken wir erstmal an sichern ich leg ihm da oben was äh Lau wir sollen hier Kisten dahin tun ja hier ist aber noch ein Leben das oh hier ist ein wow 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 ich geb ich nehm dir ein paar Monster ab ist das nochmal ein großer oh hier ist nochmal ein Fetty echt ne oder? nein nein ich bin ein kleiner aber ich lasst meine Frau in Ruhe wie geil er einfach Strenstand ok haben wir hier noch mehr oder? es ruft mich ein Bashti an boah wir haben hier noch vier Teile zum Aufhören da hinten da hinten sind sie oh echt warum müssen sie mich immer genau dann anrufen wenn wir aufnehmen wenn wir aufnehmen ist immer so schlimm ok Totenkopf an die Hand ich treff voll grad gar nicht wo ist er denn? sag ich jetzt nicht schon tot ach man ich hab ihm den Kopf abgeschlagen ja komm dann trag mal mit rüber wo müssen die die Samen tragen? wo müssen die die Samen tragen? da ist so ein Kreis da weißt das kostet mich immer an die klingeln mich ich mach mich nix mal so AFK mäßig ah ok ich hab hier warum müssen die in den Kreis? frag mich nicht ok zwei fehlen noch ich hab eine links äh rechts von dir sind zwei noch die kann ich nicht nehmen nicht? ich kann die nehmen ja aber die hier kann ich noch nehmen ja eine fehlt noch die hab ich dann ja ich hab sie ich hab sie ich hab sie ach die hast du gemeint so fertig so komm wir sind nett was soll das jetzt bringen? komm wir sind nett heute komm wir müssen da rein jetzt ich komm nicht hoch du wärst auf einem Weg nimmst hier links Laune ich hab für 5 Euro äh 10 Euro abgesagt das ist gut beziehungsweise nee das ist böse ok das ist doch kein Weg bist du drüber gekommen? ich bin schon drüber ich geb grad die Quest ab das ist ein bisschen blöd der Weg finde ich kann das sein kriegst nur 31 Euro aber 700 EXP äh brauchst du Energy Drink? ich muss erstmal jetzt drüber kommen ja ich hab noch 2,5 gut dann nimmst du ja ich ich heib' mich ja ach was für ein geiles Geil ich kenn mich mal aber mal neu equipen äh regeneration of health per minute bist du hochgegangen oder? ja hoch musste ich heile 15% meines Lebens pro Minute da krieg' ich noch ein bisschen da krieg' ich noch ein bisschen ok geh noch da kriegt's dann Geld such mal ne andere Main Quest war ne Main ne 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 entschuldigen andere nicht Main sondern das andere oh ne bequescht ich weiß nicht ob wie lang das Auto noch durchhält wo wischen du? im Auto im Auto ja ich zuhört oder warte mal wo müssen wir lang? aber wir dürfen gleich wieder laufen so weiss oh ne komm laut wir gehen in unbekundet äh unbekundetes Gebiet jetzt warte ich hab hier noch versucht gerade noch ein bisschen nach Energy Trains woher die Hände ich hab das das Open ist so ähm äh Waffen gehen noch hier Energy Drink hab ein warte komm ja gut da müssen wir schon wieder nachdenken hm 343 Meter laufen warte kurz warte kurz warte kurz ich muss kurz deine Crasht machen sonst so ah ok 343 Meter laufen ja geht ja das ist ja nicht voll schön ah ja weißt du das war das dieses Inseldorf wo du gesehen hast vom Turm aus du rennst ja einfach wesentlich schneller wenn du bergab rennst du musst aber aufpassen du musst immer noch kampfbereit sein du musst immer noch kampfbereit sein weil ich weiß nicht wie es hier aussieht mit Zombieloy Headshot du hast nicht viel Leben mir fehlt aber fast nix mir fehlt grad mal zwei Teile fehlen mir das ist bei mir gravierende schon nicht mehr zu äh grad mal Hälfte voll hier ist nochmal ein Energy Drink hab noch ein was da ist ein Meer hier ist ich hier ja ist auf die voll beziehungsweise hast du hier an der Decke das interessiert mich warum weißt du das da hm du hast ein Paddel an der Decke Level Stur oder soll es nicht nehmen aber hier gibt's noch Food ja nehm ich's ich hab Wasser genommen Achtung Zombie ich hab ein Zombie ich hab ein Zombie ja das schaffst du schon ja ich muss mir nochmal kurz erquippen weil ey cool ich kann jetzt vier Waffen tragen warte mal wir können schon lange vier Waffen Entschuldigung fünf Waffen ne ich kann sechs Waffen tragen zwei vier sechs ich kann sechs Waffen tragen wie hart einfach ja da muss ich noch Level Up kommen sechs Waffen überlegte das mal Achtung Zombie oh ich hab gleich nen ersten Schlag in den Arm gebrochen ey wie Arm aber eigentlich eigentlich müssten die sofort sterben weischt überleg mal du haust mit nem Hammer mit voller Wucht gegen den Kopf da kann er noch nichts anderes als sterben Achtung gleiche kann ich auch genauso gut mit mir mit Mann auch zu sagen wenn ich mit dem Fleisch und meistens hierher werden kommt ja naja ok wir müssen ja Fetty 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 ja ich muss kurz meine Epic Waffe auf der Level 10 oh ich bin gerade erstmal Level 10 ne nicht mal oh du ist 9 ich bin 8 oh du bleibst eher ein bisschen weiter da hinten das sieht schlecht aus scheiße scheiße oh ich hab voll gegen Knie du musst gegen Knie immer gegen Knie oh